Hallo meine Lieben! So, bei uns gibt es heute Ballach, dann habe ich Geflügelwürstchen, Pommes, Eid hat sich Thunfisch gewünscht mit Zwiebeln, Tahina und ein bisschen Öl dazu. Dann gibt es Zitronensaft von der Suppe von gestern hatte ich noch ein bisschen, die habe ich noch mal warm gemacht. Und Eis darf natürlich nicht fehlen und Zabadi mit Bananen. Und die Ramadan-Serie dazu. So, ich würde sagen, Bilhanna Wischoffer, Urbismillah.